Das Wette ist ein echter Dreiländerprinz im Rette. Die A-Sprache auf Pfälzisch wird man nicht so gelingen, denn wie mein Name schon sagt, habe ich mit drei schweren Dialekten zu ringen. Geboren bin ich im Gründungsjahr der BKG, im Gelben Land, oje, minä. Ab der 70er Mimpel der Luftgeruche und die Pfälzer Integrationspille intravenös gezoche. In den 90er auf und davon, ganz ohne Furore, nimmer ins Land mit den Trikotlore. So, das Wort überlasse ich nun Ihre, die wird sowieso das Mensch regieren. Als Anne, die Erste, kennen ihr mich noch nicht. Ach, war ich niemals in der Bitt. Mit langen Bä und hohem Wasserfall hab ich gedanzt in der Alderhall. Die Krautwickel hab ich trainiert, sechs schöne Jahre und nie blamiert. In Lauterburg sind wir seit 17 Jahren. Sehr magnifisch, es ist wirklich wahr. Der Boden dort drüben, so fruchtbar wie nie. Das dwingt selbst, mein schmucke Prinz, ganz schnell in die Knie. Seht her das Ergebnis, wir stellen sie zur Schau. Auf alle drei Kinder, ein BK, hello! Herr Pohjermestern. Herr Pohjermestern.